14.01.2023. Wie lange ist Wasser haltbar? So gesetzlich vorgeschrieben. Hier brauchst du nur so ein bisschen sauber machen und dann kannst du Gäste empfangen. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott, das muss ich auf jeden Fall verpixeln. Das sind hier alles Pornos. Der Romo, komplett nach eingerichtet. Hallo? 18 Jahre. Für Lisa. Ja. Was steht dann? Hab ich sofort erkannt. Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal erkunden wir, was ist das genau? Äh, stand Hotel dran. Ein Hotel. Und ich bin nicht allein unterwegs, habt ihr ja gerade gehört. Da ist die Chemie. Hi. Und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich bin gespannt. Wir haben schon einiges entdeckt. So beim Reimgucken durch die Fenster. Und seid auf jeden Fall gespannt, bleibt dran. Das wird interessant. Also Leute, hier ging es auf jeden Fall gerade rein. Ich habe hier gerade so ein Blech vor die Tür gestellt. dass wenn jemand kommt, dass da so ein bisschen Geräusche zustande kommen. Toiletten, die gucken uns jetzt nicht an. Nee. Wir wollen mal sehen, was wir hier so entdecken. Boah, Leute. Krass. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Das sieht aus wie so ein kleines Restaurant hier. Ja, Wahnsinn. Hier die ganze Theke. Alles noch vorhanden. Oh mein Gott. Wahnsinn. Kalender. Direkt Kalender. 2005. Heftig. Oh mein Gott. Für Elise. Ja. Es spielt noch. Habe ich sofort erkannt. Mega. Ey, mega. Aber was ist, der tut uns nicht mehr ganz krass. Du kannst das Lied spielen, das mit damals, mein Teddybär als Kind, da konnte man auf den Bauch drücken, da war so ein Herz drauf und dann hat er für Elise gespielt von Beethoven. Ehrlich? Ja, ja, das ist mein Lied. Das erinnert mich voll an meine Kindheit. Ja, das ist so das, ey, was ist hier los? Da oben hängen überall vollgestopfte Tiere. Aber heftig. Ne, ausgestopfte, nicht vollgestopfte. Voll ausgestopfte. Und hier steht einfach mal ein Klavier, ey, ich liebe Klavier. Heftig. Die ganze Wann voller Tiere hier. Und was ist das hier? Irgendwie so ein Ast. Und hier steht einfach mal ein Klavier rum. Mega. Das ist so krass, ey. Und wenn man dann hier durch diesen Barbereich läuft, hier steht überall alles rum. Hier haben hier die ganzen Gewürze noch. Da oben so eine alte Uhr. Hier die alten Schränke. Die ganze Gastronomie. Alles steht hier noch drin rum. Die Tische mit Deko. Bilder an der Wand. Die alten Lampenschirme. Das, ey. Hier brauchst du nur so ein bisschen sauber machen. Und dann kannst du Gäste empfangen. Das ist der Wahnsinn. Hä? Dich. Guckt euch das an. Das ist der krasse Wahnsinn. Aber jetzt haben wir hier die Hauptstraße. Jetzt muss ich mal das Kameralicht ausmachen. Aber hier hat man auch genug Licht. Hier ist einfach der komplette Gastraum noch vorhanden. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Hier die Garderobe, die alte. Hier noch ein alter Bierkrug. So ein Schachbrett-Tisch. Das ist so crazy. Da oben noch so ein alter Kronleuchter. Und hier die ganzen Tische. Der ganze Gastraum. Hier ist sogar noch so eine alte Ziehharmoniker. Und eine alte Schreibmaschine. Krass. Und da bin ich. Heftig. Was hier alles rumsteht, das ist der Wahnsinn. Hier vorne ist auch noch ein Bereich. Was ist das denn hier? Oh, krass. Hier ist der alte Empfangsbereich der Gäste. Heftig. Hier konnten die Gäste dann noch warten. Ein paar Spielsachen wahrscheinlich für die Kinder, die dann auch mitwarten mussten. Dann auch so ein paar Bücher für die Gäste. Um die Wartezeit zu überbrücken. Alter, was hier alles rumsteht. Heftig. Hier, wie gesagt, der ganze Empfangsbereich. Dann auch so ein paar Fächer. Hier. Das alte Büro. Hier liegt noch alles rum. Heftig. Alte Telefonanlage. Hier liegen noch lauter Karten. DKV-Karte. Hier eine Raiffeisenbank-Karte. Und da wieder ein Kalender von 2005. Da von 2004. Also steht das Ganze sehr wahrscheinlich seit 2005 hier lost. Das heißt einfach mal 18 fucking Jahre, die das Ding hier lost steht. Wahnsinn. Heftig. Da ist einfach noch so viel vorhanden. Hier vorne. Was ist das hier? Okay. Oh, hier sind ja auch noch Räume. Da geht es sogar noch hoch. Und was ist das hier? Oh, hier der alte Küchenbereich. Hier so eine Kasse mit einem Bildschirm. Da ist die Kimi. Heftig. Wahnsinn. Boah, die Waage hast du die gesehen? Richtig schick. Ja. Was ist das hier? Okay, hier ist auch noch ein Küchenbereich. Auch ganz viele. Okay, Meeresfrüchte. Hier gab es anscheinend Meeresfrüchte damals. Kochen mit Liebe. Überall die ganzen Küchengeräte. Oh, hier geht es in den Keller. Tja, gucken wir jetzt mal rein. Und danach gehen wir in die obere Etage. Ich bin echt gespannt. Das ist sehr wahrscheinlich der Wohnbereich der alten Besitzer. Das wird ja auch noch interessant. Oh, krass. Hier sind noch so ein paar Werkzeuge. Ah, hier. Zimmernummern. Hier noch so ganz viele Mittelchen. Blumendünger und so weiter. Ja, eine alte Gefriertruhe, Heizkessel, Heizanlage. Oh, hier ist noch ein alter Waschraum. Krass. Waschmaschine, Trockner. Eine alte Mangel, habe ich jetzt gelernt von einer Zuschauerin. Die ganze Wäsche für die Gäste damals. Krass. Und das könnte sehr wahrscheinlich, ja, die Arbeitskleidung der damaligen Besitzerin sein und die Jacke des Besitzers. Heftig, was hier alles noch rumsteht. Wahnsinn. Ich bin mega überwältigt. Krass. Und da geht es sehr wahrscheinlich raus. Gehe ich mal stark von aus. Nein. Hier ist ja noch ein Raum. Wow, hier steht ja auch alles noch rum. Die ganzen Deko-Gegenstände. Auch noch eine Gefriertruhe. Hier alles voll. Die Kühlschränke. Ha. Und hier wahrscheinlich die ganze Arbeitskleidung der Köche und der Mitarbeiter allgemein des Hauses hier. Wahnsinn. Die ganzen Blusen. Die ganzen Oberteile. Heftig. Ich bin geflasht von dem, was hier alles noch so rumsteht. Ha. Und hier das ganze Porzellan. Boah. Was erwartet uns wohl noch oben in dem Wohnbereich? Das ist ja jetzt hier nur der Gastro-Bereich. Der Keller ist ja heftig. Dann gehen wir mal nach oben. In den Wohnbereich. Hüftig. Puh. Krass. Hier ist ja noch ein Kellerraum. Wie viele Keller haben die denn hier? Boah. Gruselig. Wie gruselig das hier aussieht. Hier steht auch noch alles voll. Komplett die ganze Einrichtung. Die ganzen Porzellan. die Gläser und so. Boah. Hier ist ja alles zugemeldet. Da wurde alles reingepfeffert. Einfach nur Lagerort. Diese Türen, ey. Diese alten Holztüren. Hier ist ja das Weinlager. Krass. Die ganzen Weinflaschen hier. Heftig. Alles vollgestellt. Heftig. Bleibt auf jeden Fall dran. Das wird bestimmt mega krass. Das ist ja jetzt schon. Wer weiß, wie der Wohnbereich aussieht. Hammer. So Leute. Wir gehen jetzt nach oben und gucken, was da noch alles rumsteht. Alter, direkt im Treppenhaus. Steht hier schon irgendwie so eine Deko und eine alte Uhr. habe ich so in dieser Form auch noch nicht gesehen. Und jetzt geht es in den alten Wohnbereich. Wer weiß, was sonst. Da noch. Wow, das ist auch so riesig hier. Heftig. Das war wahrscheinlich eins der Zimmer hier aus dem Hotel. Mit Fernseher. Natürlich von 2005 braucht man nicht viel erwarten, aber krass, was hier alles noch zu sehen ist. Ob die Zimmer wohl alle gleich aussehen oder sind die unterschiedlich? Das sind die Zimmer hier. Die Gästezimmer. Und was mir auch noch aufgefallen ist. Es geht noch eine Etage höher. Ob das dann wohl der Wohnbereich ist? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass die Gäste hier auch Zimmer hatten. Wow. Heftig. Oh. Krass. Was hier alles noch zu sehen ist. Guckt euch den Stuhl an. Und das Bett. Es ist alles noch bezogen. Das ist so heftig. Wahnsinn. Was hier alles noch rumsteht. Krass, oder? Dass hier die ganze Einrichtung noch vorhanden ist. Das ist so heftig. Das ist so heftig. So Leute, weiter geht's. In den nächsten Raum. Hier ist ein Raum. Hier ist ein Raum interessanter als der andere. Hier so ein kleines Badezimmer, da bin ich. Und hier auch noch wieder so ein kleines Schränkchen mit Fernseher für die Gäste. Wahnsinn. Hier ist tatsächlich jeder Raum noch so ein bisschen anders. Und individuell. auch heftig. Der Raum auch komplett noch eingerichtet. Wahnsinn. Und dann noch das Klo. Hier stehen sogar noch Schuhe im Schrank. Und noch so ein altes Radio. Ich habe gesehen, hier geht es auch nochmal um die Ecke. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Ich mache mal kurz das Licht aus. Weil hier sind wir direkt an der Straße. Es muss nicht sein, dass die uns hier angucken. Wo? Der Boden. Der Boden. Aber da geht es auch nicht wirklich weiter, würde ich sagen. Also ich gehe hier auch nicht weiter. Der Boden ist einfach zu krass. Ich will jetzt hier nicht einbrechen, ey. Puh. Nee, nee. Das lassen wir mal bleiben. Dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Und dann können wir das Kameralicht auch wieder anmachen. Und gleich, wenn wir hier durch sind, gehen wir in die obere Etage. Was uns da wohl noch erwarten wird? Jedes Zimmer einfach noch komplett bezogen und eingerichtet. Da steht sogar noch, was ist das, eine Flasche Wasser? Nein, Wein. Eine Flasche Wein mit einem Glas. Und wartet auf den nächsten Gast. Gruselig. Da auch. Wieder komplett eingerichtet. Zwar ein kleineres Zimmer. Aber auch komplett liebevoll eingerichtet. Mit dem, was damals zur Verfügung stand. Oh, hier ist ein bisschen größeres Zimmer. In einem Flachbildfernseher sogar. Wenn der von 2005 ist, dann war das ja hier schon auch sehr modern. Mit dem Fernseher. Okay. Boah, hier wird auf jeden Fall das Fenster mal erneuert. Aber es ist schon länger her, wenn man sich die Spinnenweben anguckt. Hier hängen tatsächlich noch die Handtücher. Wie krass ist das denn in dem Badezimmer. Was ist das hier für ein Raum? Auch wieder so ein Abstellraum. Aber der Boden. Boah, der gefällt mir gar nicht. Hier ist auch nicht so viel zu entdecken. Hier sind noch die ganzen Bettbezüge und Bettlagen. Kissen, Decken. Um damit die Gäste dann zu versorgen. Aber, wie gesagt, seit 2005 gibt es hier nicht einen Gast mehr. Steht das Ganze sehr wahrscheinlich still. So. Dann gehen wir mal in den oberen Schluck. Oh, die Deko wieder. Krass. Die Gitarre gefällt mir. Ich glaub, die nehme ich mit nach Hause. Nein, Spaß. Ob wir ihn jetzt wohl in den Wohnbereich? Der ehemaligen Besitzer kommt. Hallo? Ich dachte, ich hab grad was gehört. Hier ist so ein kleiner Raum. Okay. Krass. Aber das sieht auch wieder nach einem Gästeraum aus. Oder? Auf jeden Fall nicht wie ein privater Raum. Haben die vielleicht nebenan gewohnt. Kann ja auch gut möglich sein. Nebenan steht nämlich auch noch ein Haus. Das ist aber schon dabei, renoviert zu werden. Krass. Wow, was ist das hier alles? Was wurde hier denn gesprüht? Habt ihr eine Ahnung, was das für ein weißes Zeug sein kann? Das ist auf jeden Fall auch noch ein Gästezimmer. Mit sogar einem riesengroßen Balkon draußen. Aber was ist das denn hier für ein weißes Zeug, was hier überall versprüht wurde? Keine Ahnung, ob die Wände vielleicht, ähm, kann das sein? Dass die Wände vielleicht gesprüht wurden? Also nicht gestrichen, sondern besprüht wurden. Es gibt ja, man kann ja Wände auch besprühen mit Farbe. Und dass das vielleicht dann auf dem Boden landet, während man das macht? Nee. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Komisch. Das ist so ein richtiger Sand oder sowas. Ja. Hm. Das ist schon really strange. Komm, wir gucken weiter, was wir hier noch so sehen. Ja. 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 Also das sieht jetzt hier schon ein bisschen privater aus. Wenn man sich anguckt, dass hier so ein paar Displays, also PCs und so weiter rumstehen. Hier so ein massig, äh, CDs und Oh mein Gott! Das muss ich auf jeden Fall verpixeln, denn das sind hier alles Pornos. Pornokassetten, Videokassetten. Ein flotter Dreier. Erotische Dimensionen. Oh mein Gott! Ja. Hier ist alles voller Pornos. Was geht hier ab? Ja, da hat wohl jemand, vielleicht auch der ehemalige Besitzer dieses, dieses Hotels, wenn er Langeweile hatte, sehr viel Spaß mit seinen Videos. Krass. Was ist das für ein Raum? Der steht hier auch noch komplett voll. Heftig. Hier ist ja auch alles voll. Krass, Herr Scheißer. Heftig, was hier alles rumsteht. Hohohoho. Oh, dafür können es viele Wasserflaschen. Warte mal, gucken wir mal das Datum. Steht das nicht auf dem Deckel? Nein. Wo steht denn noch mal das Datum? Siehe, Flaschenhals. ist anscheinend schon verblichen. Flaschenhals. Da. 14.01.2023. Seht ihr es? Wie lange ist Wasser haltbar? So gesetzlich vorgeschrieben. Komme ich mir gerade so vor, als hätte hier Schneemann angefangen zu renovieren und sein Wasser hier hingestellt. Kann ja gut möglich sein. Hier wurde auch fleißig gezockt anscheinend. Wahnsinn, was hier alles rumsteht. Das ist der krasse Wahnsinn. Hier links ist auch noch ein Raum gewesen. Wo uns der wohl hinführt. Auch wieder ein Badezimmer. ich habe mich voll erschrocken. Als wäre da jemand drunter. Heftig. Was ist das denn hier alles? Das ist nur ein Kissen. Heftig. Was sind das denn hier für Teppiche? An dieser alten Telefonanlagen. Richtig krass. Voll geflasht. Aber das krasseste ist, das krasseste sind hier die Pornos, die hier rumliegen. Heftig. Die ganzen Pornokassetten. Was ein crazy Ort. Was hier noch rumsteht. Das ist der Wahnsinn. Was wir alles gesehen haben. Und dann hier die ganzen Pornofilme. Heftig. Ich bin auf jeden Fall mega geflasht von dieser Location. Ich denke, ihr seid es auch. und wenn ihr mehr von solchen kranken Scheiß sehen wollt, dann guckt doch mal bei diesem Video hier vorbei an meiner Seite und guckt auf jeden Fall auch bei der Kimi vorbei. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Kommentar da und gerne auch ein Abo, damit ihr zukünftig kein weiteres Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis die Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Ciao.